Man muss halt nur gucken, wo man gucken muss. Wird erledigt. Oh, 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 oh. Was? Ja? Alter. Macht er dich endlich fertig, oder was? Nein, das jetzt nicht, aber... Habe ich denn hier die nächste Steinquelle verfilster Wellensittich? Wird gemacht. So. Bei mir sieht man jetzt eine minimale Schlacht, weil der Gegner denkt, der hätte jetzt hier große Koronnes, aber hat er nicht. Jäger. Ja, Aufgabe. So, ihr Säcke. Verstanden. Was ein Penner, ey. Ja, du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ja? Ja, ja, nee, ich will hier nur eine Mine ausnehmen und die haben dann gedacht, die greifen meine Leute jetzt für die Mine an. Dann haben meine Bauern angegriffen. Ja, was für Schweine. Du bist nicht gelb, ne? Ich bin nicht gelb. Gelb ist in der Mitte und was die Bauern jetzt mal ordentlich geflankt hat, ist eine gute Sache. Weil die wollen nämlich unsere Landschaft hier ausnehmen, aber nett mit uns, weißt du? Ach, da oben. Ist ein Lila da mit dir dran, ne? Nimm mal deine Bauern, deine Sila. Knall dir mal richtig um. Was? Hier liegt einer tot im Gras, ja. So, zack. Aufgabe? Oben Lila hast du gesehen. Was Lila? Was laderst du denn wieder für ein Blake? Alter, oben links, da bist du an Silber abbauen. Und da ist ein, zwei Lila, ne Frauen, bauen da mit dir ab. Dann lass es doch. Jetzt wird ja mein Krieger angegriffen. Ja, das ist doch in Ordnung, was soll er denn machen? Hast du das so einen Schuss? Ich soll dir gar keine angreifen, die Säcke. Ich weiß nicht, warum du immer alles aggressiv sehen musst. Die Bengel, wo sind die? Komm mal her. So, zack geht das. Du baust hier mal einen schönen Handelsposten. Hallo? Kann ich gar nicht bauen. Ist das für ein Scheiß? Nied hier ruhig mal um. Zimmermann. Ach, scheiße. Nein. Zimmermann. Nicht so. Zimmermann. Idioten. Zimmermann. So, weg hier, weg hier. Schön wieder hier hoch. Bereit. Wo deine Bauern am Arbeiten sind, wie sich das gehört. So. Hier, weiterentwickeln. Nochmal drei Bauern dahin schicken. Kannst dir das vorstellen, der wollte hier ein Dorfzentrum hinbauen, der Arsch. Ist der verrückt? Na ja, ist kaputt. Das hoffe ich doch. Der kaputt ist jetzt. Schöne Frau in den Rücken geschossen. Angriff. Oh Mann. Das schneiden wir raus, ne? Warum? Das schneiden wir auch auf. Da, komm mal hier hoch. Hier, der Peter, Minuit, den kann man dir nochmal abknallen. Nee, ne? Buchhaltung abgeschlossen, kann man das nochmal weiterentwickeln? Hier. Sparzellierung, natürlich. Weiterentwickeln. Weiterentwicklung, Weltenbeschützer. Boah, alter. Der wird... Boah, der reißt alles um. Ich freue mich so, wenn ich da gleich mit auf andere schieße. Hier, der Mörser, der Entwickler wird gleich auch weiterentwickelt. Da freue ich mich auch schon, wie der jetzt gleich aussieht. Nur noch zehn. Neun. Ocht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Zwei. Zwei. Eins. Was? Ist noch nicht heilig, aber so. Hauwitze ab jetzt. Jetzt hab ich ne Hauwitze. Dann gibt's eine imperiale Hauwitze. Die Shepard wahrscheinlich mal richtig. Wie die Plattung. Weiterentwickeln. Raffinerie. Dafür brauche ich noch mal mehr Holz. Dann musst du Baum fällen, hab ich gehört. Ja, ja, ich hab übrigens 14.000 Nahrung. Schön. Ich finde, du übertreibst wieder sinnlos. Sinnlos ist da nicht. Zeig dem Gegner jetzt mal wieder, wie das hier funktioniert. Wie das hier? Wie? Das hier? Ich weiß nicht. Nahrung. Oh. Ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ich greife ihn ja gar nicht an der der ist ja frech geworden und dann ist aus versehen molotow cocktail und das ist gerade angeführt na ja das weiß der türkische flagge jetzt fliegen molotow cocktails immer das ist viel entwickelt ich hab da nichts mehr zu tun also könntest du dich mal von meinem gegner fernhalten bitte was deinen eigenen habe machte mal schön ihr platz attacke es gibt es aber nicht ein drauf mit dem molotow cocktails da rein auch gerade wieder in die frau geschrien hat meinst du ich hab's ja schreien noch die arme der gegner reiht mich an kümmer dich mal darum das ist seine bauern die wahrscheinlich ein nahrung haben wollen die entwicklung falconette zu feldgeschütze weiterentwickeln das hier acht verrittene bogenschütze sieben grenadierer klingt ordentlich wer jetzt gerade die osmanische flagge hat fallen sehen das ist das spiegelt nicht meine persönliche meinung jetzt muss ich meine einheiten der zusammenkriegen kommen du hast das ein griff wahrscheinlich ne verlierst du ohne dich welche völlig hoffnungslos unterlegen ja bei dem gegner hat das nicht anfangen beziehungsweise sagen wir bescheid dann machen wir das zusammen gerne ich kenne ich gelb habe ich nichts mehr zu tun ist deiner weil ich bin fair und lass dir den spaß ja 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 gorilla ich will dir ja nix ne aber ich finde das spiel politisch bedenklich warum das hier ist definitiv eine moschee ja und ich schmeiße jetzt gleich molotow cocktails drauf das widerstößt allem was in meinem herzen richtig ist ja aber die haben uns angegriffen da der baut schon wieder haus ja lang noch hat ein idiot bitte peitsche alter laut gott klar aber ganz genau so hier die command manchen hier die sind auch cool ich baue hier gerade auch meinen ford novo verstanden mhm krasser scheiß hier meine ganzen musketiere boah da ist das geil ich freue mich gerade so wenn ich den gegner hier angreife und einfach niedermache was kann man denn hier beritten an bogenschütze gringadier musketier das ist ja alles von diesem ford richtig anscheinend habe ich dann reiter vergessen der wo man eben von den gelben platt gemacht soll richtig verstanden das ist nicht richtig ne meine einheiten muss ich auch wieder zurückbringen richtig verstanden ich ziehe mich jetzt hier zurück weil ich habe hier glaube ich alles befriedet ne ja du hast wen was gemacht befriedet stark gegen artillerie nicht befriedigt deshalb gegen verstanden so boah das hier wird gleich der mörser mega mösen äh mörser fight ja richtig drauf ein richtig gleich ab wo habe ich da bock drauf auf dem bösen fight ja der wird gleich kommen gegen kriegsschiffe macht keinen sinn sichtweite der artillerie erhöht ja komm sichtweite heißt wahrscheinlich nicht schussweiter aber bauer ist mir jetzt wurst aufgabe sagt er wieder hier was ist das denn was quatschen die denn ach kartoff ja ist das gleiche ne ja kartoffel ja das ist alles gleich so ah das ist aber auch eine ich weiß richtig ja warte wird gemacht ach diese maussteuer alter was ist hier mit dem wer baut denn hier schon wieder der baut schon wieder eine moschee auf ist der bekloppt wer denn hier ist kein einzelner mensch mehr anscheinend schon hier läuft keiner rum ich bin ja direkt vor ort der computer baut hier einfach nur was hin ja mach das doch jetzt auch mal da ist ja schlimm mit dir raffinerie kommen hier da du baust mal schön verbauern du baust hier mal eine plantage wat wat holz für die scheiße kauf die kauf holz hast du holz kannst du mir holz geben gib mir holz ich hab kein holz ich brauch holz mein ich hätte holz für jeden aber nicht für dich freundschaft hier immer so schön verbündeten und das ist zwischen uns ja was denn du kannst mir ja noch nicht mal meine eigenen also meine meine artillerie ist ja richtig geil gerade glaube ich ja da wird ein bisschen neidisch sein gleich ja ich meine ich will ja nichts aber du solltest vielleicht mal den gelben wenigstens soweit aufklären ob da noch irgendwas lilanes rumläuft findet hier immer irgendwelche leute und baut sonst muss ich leider einreiten das macht das noch nicht lasst denn doch da bauen den rücken und dann ist das thema durch hier noch schöne plantage ihr helft da mal ordentlich und jetzt gehe ich mal auf klärungstour gibt mir mal drei sekunden kann jetzt ein bisschen zeit beanspruchen ganz in ruhe hier runter la 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 jetzt kommen die musketiere noch dazu hatte ich hier unten nicht ich hatte doch hier unten leute die steine abgebaut haben oder nicht stimmt weiß ich immer wo die sind also wenn du selber schon nicht weiß ne ja weil ich musste ja krieg führen ich habe keine zeit mehr um alles doch weil du wieder alle an stachels und hier krieg auslösen willst und es ist immer gorilla richtig und dann heißt es ohne gorilla würdest du nicht überleben ja mit gorilla noch weniger ich hätte mich hier mit denen friedlich geeinigt aber nein jetzt geht's los die mörser gehen ja mal richtig ab heilige scheiße da bleibt aber nichts mehr stehen da bleibt nichts stehen mein freund wenn die schießen die reißen jedes haus ab alter das gesehen nein guck mal bei mir wo soll ich denn hier unten gelb sie kann zwar nicht sehen weil die häuser einfach alle der reihe nach weg sind das wäre noch schön die die ganzen dorfbewohnerinnen hier umgebracht ja die schreie noch so schöne macht mich ein bisschen geil das ab was an den turm getroffen kann das sein mit einem schuss hat er über die hälfte abgezogen so ganz einfach sind das für schöne spielzeuge guckt mal da sind die ganzen die sind ja ich weiß ja mal eben das dorfzentrum ab ja ja das war mir klar aufklärungsmission ist gleich erfolgreich das weiß ja oder brauchst aufklären muss ich nicht mehr weil dann roll ich jetzt hier erstmal weg und du kannst machen was du willst mir ist das völlig bereit die klappe verstanden bereit verstanden diese komischen dorfbewohner der sieg ist für mich seine niederlage angeboten selbst darf ich jetzt aufgeben so unverschämt soweit nein da war nicht ja natürlich nein gedrückt gerade pferde am sortieren wir sind die